Ich ziehe vielleicht auch einen einfachen Weg zurück. Ungefähr so. Cool. So. Damit wird das Gebiet erledigt, jetzt hier hoch. Da komme ich nicht rein. Da komme ich rein. Das führt mich jetzt woanders hin. Diese ganzen Metroids gefallen mir nicht. Kein einziger von euch Freundchen. Aber ich werde so langsam auf jeden Fall besser, was den... Na, Walljump angeht. Wäre auch blöd, wenn nicht. Ähm... Au. So. Metroid. Jetzt bin ich hier. Erledige erstmal den. Versuche jetzt. Boah. Boah. Platforming vom Allerfeinsten hier. So, das ist ein Save-Point. Aber das sieht aus, als würde es dahinter weitergehen. Oder? Ja. Josh. Perfekt. Dann gibt mir... Danke. Komme ich jetzt vielleicht zu dem Boss da unten. Also es riecht hier alles schwer danach, dass ich zu dem Bosskampf komme. Und wenn es der Bosskampf ist, denke ich, dann kenne ich sogar einen Trick für den Bosskampf. Das ist eine der wenigen Sachen an... Was? Die sind fake. Sind die auch fake? Da geht's rein. Okay. Was muss ich da für einen Bombjump hinkriegen? Was muss ich da für einen Bombjump hinkriegen? Ich bin ernsthaft. Wie komme ich da? Ha. Mensch. Man muss es sich ja umständlich machen. Ich bin der Größte. Ähm. Geht's hier noch rein? Nö. Okay. Dann. Bosskampf it is. So. Wie gesagt. Ich kenne für den hier einen Trick. Oder? War das der? Ja. Das war der. Trick vorbereitet. Genau. Perfekt. Das funktioniert. Ähm. Na, wo bist du denn? Da ist die Mama. Mama, fang mich mal. Fang mich. Äh. Irgendwie. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz, wie es sollte. Okay. Musst die mich vielleicht weiter hier fangen? Das könnte ich mir natürlich auch noch vorstellen. Ja. Yes. Perfekt. So, einmal kochen. Ich hatte schon Angst, dass es nicht hinhaut. Oh. Da kommen die kleinen Kinder. Und da ist mein Preis. Ich weiß schon, was ich hier bekomme. Das wird schön. Ja, gar nicht groß drumrum. Space Jump. Oh, das wird jetzt so einfach. Das ist toll. Wer braucht schon Walljumps, wenn er sowas kann? Hm, schön. Das ist halt irgendwo so ein kleiner Witz, aber ich nehm's hin. Ich nehm's an. Ich nehm's sehr gerne an. Ich nehm's absolut dankend an. So. Jetzt gehen wir hinter uns einmal heilen. War ja direkt hier. Also wie gesagt, der Trick hat scheinbar bei mir jetzt nur auf der einen Seite funktioniert. Oder ich hab's auf der anderen einfach nicht hingekriegt. Das hab ich mal in einem Video gesehen. Daran konnte ich mich noch erinnern. Und das war halt ein schön schneller Dragon. Wie heißt der Typ? Dragon oder so? Heißt das Vieh? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Oh, das macht so vieles so viel einfacher. Oh mein Gott. Oh, ja. Auch wenn Samus nicht wirklich mit dem Wechsel zwischen Überwasser und Unterwasser klarkommt dabei. Mysteriös. Okay. So, wo fangen wir jetzt an? Kann ich da... Moment. Da kann ich rein. Das führt mich dann in den Raum. Okay. Und hier brauche ich, wie hätte es erwartet, den Space Jump. Also, ich brauche ihn nicht, aber ich will ihn haben. Das hätte man nämlich auch alles wieder ziemlich stressig mit dem Wall Jump lösen können. Aber das will doch keiner. Wenn er sowas kann hier. Wenn er sowas kann, dann Space Jump ich doch nicht. Und das sieht von ihm ja verdächtig. Oh, wipp. Hi. Nicht? Nicht? Okay. Das da? Nicht? Okay. So, wo komme ich denn jetzt weiter? Oh nein. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich bin. Und theoretisch... müsste ich jetzt hier drin noch... Erstmal da hoch. Jetzt da hoch. Bevor ich es wieder vergesse. Einfach... Oh. Hallo? Hat das Ding eine beschränkte Anzahl an Sprüngen? Oder... Bin ich gerade einfach nur unfähig. Also irgendwas? Irgendwas? Oder ist es die Wall Jump Mechanik einfach nur in der Luft? Denn so fühlt sich das gerade für mich an. Ähm. Okay. Ganz ehrlich. Fuck you, Space Jump. Dann mache ich es doch lieber direkt an der Wand, wo ich mich orientieren kann. Wenn es nicht wirklich immer funktioniert gerade. Ich glaube, ich habe mich zu sehr darauf konzentriert, was ich mache. Und deswegen... Will es jetzt nicht mehr so ganz. So. Da längst. You. Ihr seid eklig. Ihr seid tot. Was gibt es da eigentlich für? Oh. Moment. Gegen euch kann ich nichts machen, ne? Da bringt mir auch kein Space Jump der Welt, was? Aber vielleicht der Plasma Beam. Ja, Plasma. Plasma Beam. Ups. Ups. Gut, ich mache Schaden. Und jetzt muss ich hier drin alles töten. 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 Waren das jetzt alle? Das waren alle. So. Ich denke, so langsam komme ich mit dem Space Jump klar. Ich mache den Kopf zu. Da unten. Und die Map sagt mir... Das Gebiet, das Gebiet. Dann sind wir mit Meridia fertig. Oh, ich freue mich so drauf, wenn Meridia durch ist. Denn... Ich bin ganz ehrlich. Ich... Ich... Komm... Ich bin der Größte. Äh... Kann ich nicht einfach unten lang? Okay. Ich komme gerade nicht wirklich mit der Musik zurecht. Ich mag die Musik hier absolut nicht. So. Schieß mich da nochmal durch. Wupp. Wupp, 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 wupp. So. Jetzt gehen wir das Ganze mal relativ... Schnell nochmal an. Holen dir die letzten Sachen. Du bist doof. Oh, ist das angenehm. Okay. Ähm... Wenn ich nicht hoch will, ist das sogar ziemlich einfach, merke ich gerade. So. Hier runter. Da rein. Bumm. Mio. So. Da rein. Ähm... Hier nochmal hoch. So. Jetzt gucken wir auf die Map. Ich habe halt wirklich ein paar Punkte noch komplett unbesucht gelassen. Und da rechts. Wir gehen da rein. Äh... Nein, tun wir nicht. Eins höher. Könnten wir halt unter anderem vorstellen, dass jetzt hier was Interessantes drin ist. Und, ähm... Wir gucken nochmal auf die Map. Äh... Der Raum da rechts wäre noch interessant. Der Punkt da wäre noch interessant. Und der Gang da rechts. Und das Gebiet da oben. Jetzt ist die Frage... Wie erreiche ich diese Orte? Da ist nix hinter. So. Wir gehen erstmal wieder hoch. Äh... Hier bin ich. Okay. Äh... Da rauf. Ach. So. Das jetzt auch... Ohne irgendeine... Oh, danke. Danke. Das hier... Schickt mich da hoch. Wir gucken uns erstmal das hier an. Das führt mich nämlich in ein neues Gebiet, wo ich noch nicht war. Was ist hier drin? Das zieht mir nämlich auch wie so ein absolut bedeutungsloses Zweiraumgebiet an... aus. Ja, ist es sogar. Sei denn... Dahinter geht es weiter. Perfekt. Und das führt mich dann... Das führt mich dann... Hoch. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ich trau der Sache hier nicht. Gut. Ich trau der Sache hier nicht. Warum sollte man hier noch so ein Gebiet hinpacken? Da runter. Oh! Wunderschöner Raum. Steckt sich hier noch was? Nein. Gott. Wir nehmen einfach beides mit. Wunderschöner Raum. Auf jeden Fall. Danke. Hoch. 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 Nimm den wieder aus. So. Als nächstes. Ähm, dann... Da ging es raus, ne? Ja. Moment. Ne. Okay. Als nächstes dann. Hier nochmal rumgucken. Irgendeine Verbindung muss es hier doch geben. Irgendwas? Gar nichts? Gar nichts? Wirklich nicht? Hier noch? Oh! Oh! Hallo! Hallo! Missile! 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 Vielen Dank.